In diesem Video geht es um die besten drei Rasierhobel. Der erste Platz das Haienprodukt. Vergiss Reizungen und eingewachsene Haare der Einzelklingenrasierer garantiert dir eine schnelle und perfekte Rasur und Haarentfernung. Der Bambo-Rasierer für Frauen und Männer ist darauf ausgelegt, lange zu halten. Herbestellt aus hochwertigen Materialien, ist dieser Metallrasierer das perfekte nachhaltige Geschenk. Klassische Einwegrasierer aus Plastik und Metall können nicht recycelt werden. Mit diesem Rasiermesser für Gesicht und andere Körperteile musst du nur die Klinge ersetzen. Nach dem Kauf des Sicherheitsrasierers musst du nur die Klingen austauschen. Auf diese Weise reduzierst du nicht nur Abfall und erzielst bessere Ergebnisse, sondern sparst auch langfristig. Mit dem Kauf dieses silberfarbenen Vintage-Rasierers erhältst du Zugang zu einer ausführlichen digitalen Gebrauchsanleitung. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz der Preis-Leistungssieger. Erlebe die perfekte Rasur mit dem Kanzi-Rasiermesser, leicht zu rasieren ohne Probleme und ideal für die Gesichtspflege und Körperentfahrung. Das beste Rasiermesser für Männer und vergleichlich mit Einwegrasierern aus Plastik, von höchster Qualität wie professionelle traditionelle Rasiermesser, das perfekte Geschenk für deinen Ehemann, Vater, Sohn, Freunde und Familie. Unser Bart-Sit für Männer wird mit einer Präsentationsbox mit Spiegel für eine einfache Verwendung geliefert. Die Rasiermesser für Männer funktionieren reibungslos auf Bart und Schnurrbart. Perfekte Größe und ideales Gewicht mit langem Rosigoldgriff von 4,95 mm und leichtem Gewicht von nur 75 g, gut ausbalanciert mit hochwertigem rostfreiem Stahl, und unser Einzelklingen-Sicherheitsrasierer passt zu allen Doppelklingen-Rasierern. Der dritte Platz das Sparprodukt. Sicherheitsrasierer für Doppelklingen von Roman Empire Shaving. Die Packung enthält 4 Packungen mit jeweils 5 Klingen, insgesamt 20 Klingen, um das Rasieren mit verschiedenen Klingen auszuprobieren. Enthaltene Klingen sind Astra Platinum, Geliete Platinum, Geliete 7O, Clock Sharpage und Fosco Tefloncoat. Geschlossener Zahnkamm, der Rasierer verfügt über einen geschlossenen Zahnkamm, der eine tägliche Verwendung ermöglicht, ohne dass er zu stark an der Haut haftet. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Rostfreier Stahl mit verkromter Oberfläche für einen spiegelartigen Glanz und hohe Korrosionsbeständigkeit. Schönes Design, lange Lebensdauer und bequem zu bedienen.